Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Space Force Shadow of the Phoenix. Ja, wir sind im Dunkelwehrgebirge. Wir sind gerade dabei, ordentlich was an Gebäuden aufzubauen. Es ist mir eine Ehre. Nachdem wir den letzten Angriff abgewährt haben, nachdem die Gegner ja jetzt uns angreifen. Was wollt ihr? Also sie herausgefunden haben, dass wir hier sind. Was unschönes. Und ja, jetzt sollten wir da neblichst einen Förster errichten, sobald der letzte Bogenturm errichtet ist. So, wir brauchen jetzt eine Schmiede von den Zwergen. Eine meiner leichtesten Übungen. Weil alles andere haben wir errichtet. So, da bräuchten wir mal dringend ein paar Wächter. Äh, nicht Wächter, Verteidiger. So, Lenya haben wir gesagt, was wir gar nichts mehr haben. Hehe. Was wird das für Druidenen aufheben? Hm, also gibt es Wanderinnen hier. Als Fernkämpfer erst einmal. So, und dann geht's an die Nahrungsbeschaffung. Aufsache, wir kriegen erstmal ein paar Truppen zusammen. Ja, und den Titanen brauchen wir auch noch. Von den Elfen. Das ist nicht weit. So, ihr Förster. Der ist hier. Wie ihr wünscht. Noch gibt's ja genug Holz, was abgeholzt werden kann. Und auch so haben wir genug Holz. Lasst uns anfangen. Okay, dann die... Nicht half zur Ehre. Schweinezuchten. Wir haben mehr als genug Stein dafür. Spuckt in die Hände, Männer. Spuckt in die Hände, Männer. Eine meiner leichtesten Übungen. Und ja, da habe ich mich definitiv verkalkuliert. Und so gut wie erledigt. Mit der Nahrungs... Mit dem Nahrungslager. So. Noch einen Arbeiter. Ich dachte, denen hätte ich in Auftrag gegeben. Dass wir schon mal einen Titanen haben. Geht es los? So, und dann noch fünf von euch. Fünf von euch. Und dann können wir die letzte Schweinezucht hinpflanzen. Das wird irgendwo hin beim Pernageln gegriffen. Kampfbereich! Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Schließt ihr ein! Feuer in der Stadt! Schnell! Sie sind in der Stadt! Halt Überfall auf die Stadt! Meine Axt wartet schon. Befehlt! Sie greifen die Stadt an! Das ist meine Motsilberhalle, Guts! Was steht da mal? Das Allgemeinbezeug, Guts! Habe ich schon Verluste erleiden müssen? Nein, noch nicht. Eine Einheit wurde aufgewertet. Ich höre... Ton unterwegs! Sie sind überall! Wird gemacht! Okay... Kinderspiel! Da muss die Jägergillleiter dran glauben. Ich eile! Haltet durch, Männer! Es ist mir eine Ehre! Äh, das... Zu eurem Wied! Alles klar! Das wollte ich nicht... Nein, aus! Wird sofort ausgeführt! Rück zu Befehl! Zu Befehl! Haltet durch, Männer! Auf dem Weg! Alles klar! Hier bin ich! Wo ist der Feind? Schließt die Reihen! Vorwärts, Zwerge! Was wünscht die Runde? Auf dem Weg! Mist! Keine Verluste bis jetzt an unseren normalen Einheiten, aber wir haben eine zweite Welle am Start. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Wir halten durch, Männer! Halte durch, Männer! Nur zu! Schließt die Reihen! Wir sind in Gefahr! Ich höre! Zur Seite! Die muss ich gucken, dass ich... Lass sie nur kommen! ...dass ich diese... ...Nahe Base loswerde. Hier bin ich! Elendsegen! Halte durch, Männer! Ja! 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 Eine Einheit wurde aufgewertet. Stehe bereit! Eine Einheit wurde aufgewertet. So, zu allem entschlossen, wir los! Ja! Titan? Was soll ich tun? Geht es los? Marschieren los! Mann, Mann, Mann! Eine Einheit wurde aufgewertet. Ja! Hier bin ich! Endlich wieder kämpfen! Auf geht's! Zu allem entschlossen! Nur zu! So, dann warten wir, bis die Wanderinnen noch da sind. Du errichtest deine Schweinezucht hier. Das wird ein Meisterwerk. Und ja, da sollten wir das Lager hier auseinandernehmen, erst einmal. Geht es los? Vorwärts, Zwerge! Das ist euer letzter Fehler. Erstmal die Speifler. Hier bin ich! Wo ist der Feind? Vorwärts, Zwerge! Vorwärts, Zwerge! Mein Burgen für die Rune! Okay, die sind da. Kampfbereit! Was soll ich tun? Ja! Nachtplatz! Hier! Mir nach! Dann können wir jetzt unseren ersten Angriff starten. Auf meinem Befehl! Folgt mir! Sofort! Um wenigstens das Lager direkt vor unserer Nase wegzukriegen. Ja! Sofort! Genau, Alia! Für die Freiheit! Das machst du gut. Ihr seid schwach! Sie sind überall! Achtung! Helf auf mit euch! Verrückt mit euch! Haltet durch, Männer! Kampfbereit! Hier bin ich! Kämpft! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Meine Axt wartet schon! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Los! Haltet durch, Männer! Verstärkt euch! Rett voraus! Bereits! So, die Schar hier haben wir schon mal weg. Meine Axt verteidigt euch! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Sie sind überrascht! Sie sind überrascht! Sie sind überrascht! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Verteidigt euch! Lass sie nur kommen! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Zeit zu sterben! Kommt nur her! Feindlicher Angriff! Zurück mit euch! Schließt die Reihen! Verstärkt die Deckung! Wo ist der Feind? Vorwärts, Zwerge! Schlagt sie zurück! Kampfbereit! Elendsegen! Ich höre... Los, Schwestern! Das ist der letzte Fehler! So, die alle mal zurückschicken. Nur zu! Auf geht's! Auf mein Kommandor! Kommt nur her! Gut. Nur zu! Mit festem Schritt voraus! Jetzt haben wir hier erst einmal Luft. Jetzt kann ich auch die mal nachziehen. Kampfbereit! Untertitelung des Zwerges! Vielen Dank.